Sieben Fragen, alle richtig beantwortet. Schlangenwächter ist gestorben. Waren die jeweils da? Nö. Wir haben es tatsächlich geschafft, ohne den Kampf den kompletten Level zu bestehen. Indem wir einfach bei jeder Frage ein bisschen nachgedacht haben und die richtige Antwort gefunden. Naja ok, also einen Schlangenwächter gibt es natürlich noch hin und wieder, aber das ist mir ja egal. Hier haben wir Gold und Juwelen und eine Truhe, aber die interessiert uns nicht. Gehen wir mal weiter. Was gibt es hier in der Mitte? Schlangenwächter, die uns angreifen. Wow, 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 nicht töten. Das war sowas von knapp, die ist sowas von kurz vorm Tod gewesen. Also auch in der Mitte gibt es nicht das, was wir eigentlich suchen. Was suchen wir? Ah, das suchen wir. Also wird es wohl nach links gehen. Ey, Syrah war so kurz vorm Tod. Also, was gibt es links? Noch so ein Schlamm. Scheiße, das Fisch. Töte es. Gut. Was gibt es hier hinten? Hä? Bin ich eigentlich hohl? Was wollen wir hier eigentlich? Löse die Frage, bis zum Orang zu trinken, bis zum geheimen Schatz des Wüstentempels vor. Hä? Muss ich die ganzen Drohnen aufmachen? Okay. Aber das ist garantiert nicht, weswegen ich hier bin. Oh, cool. Löwe. Hä? Ich habe doch... Moment mal. Steuerung 1, 1, 2. Ich habe doch alles entdeckt. Trotzdem bin ich nicht am Ziel. Hm. Eigenart. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Nochmal. Geil. Ja, nach Schlangenwächter sind Löwen natürlich nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Und nochmal Löwen. Ich weiß, warum ich die Truhne eigentlich nicht aufmachen wollte. Okay. Was sagt uns das Orakel? Wenn wir nochmal über so einen Button drüber latschen. Vielleicht müssen wir hier reingehen? Nö. Hä? Wo müssen wir denn hier hin? Was ist das Ziel? Okay. Alle Löwen zu töten. Vielleicht ist das das Ziel. Ich glaube es zwar nicht, aber warum nicht? Ja, klasse. Und jetzt? Was muss ich hier drin tun? Wo muss ich hinlaufen, damit die Mission weitergeht? Ich fühle mich echt verarscht von dem Spiel. Hallo? Wo ist der geheimne Schatz? Magische Kiste. Kann ich eh nicht öffnen. Vielleicht müssen wir zur magischen Kiste. Weil da haben wir nur eine hier. Ah, Mission gewonnen. Mit Mut und Klugheit hatten wir den fürchterlichen Torwächter bewunden und waren bis in die innersten Bereiche des verwunschenen Wüstentempels vorgedrungen. Einer kleinen Zelle stießen wir auf eine uralte Truhe. Langsam öffnete sich quietschend der Deckel. Als wir vorsichtig hineinsagen, stockten uns der Arten. Keine Wunderlinge, äh Wunderdinge fanden wir dort. Keine zauberkräftigen Schätze. Auf dem staubbedeckten Boden der Kiste lag es. Das letzte der drei Kartenstücke, nach denen wir die halbe Welt durchsucht hatten und das uns mehr wert war als alle Kostbarkeiten. Groß war unsere Freude, als wir es endlich in den Händen hielten. Der Kalif hingegen würde weniger erfreut sein, wenn wir mit leeren Händen zu ihm zurückkehrten. Wir beschlossen daher, das Kartenstöck an uns zu nehmen und das Land auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Hachi bot sich an, uns dabei zu helfen. Mit List und Tücke konnten wir die Torwächter überwinden und so in den schwer bewachten Wüstentempel eindringen. Wacker schlugen sich dabei unsere Verbündeten und als einer der Geschicktesten tat sich dabei unser neuer Freund Hachi hervor. Als ich ihn hier so kämpfen sah, wurde mir klar, dass nur er und niemand anderes der dritte Held aus meiner Vision sein konnte. Nun, da wir auch das letzte Kartenstück besaßen und alle Helden aus jener Vision beisammen waren, konnten wir aufbrechen, um die Prophezeiung zu erfüllen. Wir setzten die Bruchstücke der Karte zusammen und erkannten den Weg, der uns zu Vigrid Wall führte, wo wir vier Gefährten uns der letzten Herausforderung stellen mussten. Dort auf dieser Insel, mitten im Meer, würden wir auf die Midgard-Schlange treffen und uns unserem Schicksalskampf stellen. Ich ergriff Wielands Zauberschwert, von dem der Geisterkönig in Thule vorhergesagt hatte, dass es mir noch hilfreich sein werde, und blickte sorgenvoll in die Zukunft. Eine echt geniale Story. Jetzt haben wir alle Helden beisammen und jetzt geht es zur letzten Herausforderung, dem letzten Kampf gegen die Midgard-Schlange. Ein sagenumwobenes Wesen, das auch im realen Leben oft als das Böse gesehen wird. Könnt ihr mal auf Wikipedia gucken, ist echt so. Das hier, wir gehen schon wieder, das mit dem Wielands Zauberschwert, geht schon wieder auf die alte Story zurück. Dass wir ein Schwert bekommen haben, wo uns der König in Thule vorhergesagt hat, dass wir damit vielleicht die Schlange töten können. Eine geniale Story. Ist das Spiel verlassen? Nein. Wir speichern natürlich nochmal. Speichern. Und jetzt kommt ihr letztes Level, die letzte Herausforderung. Was ist hier oben eigentlich gewesen? Neutral. Räuber gesichtet. Das sind also die Räuber, die uns die ganze Zeit angegriffen haben. Spannend. Wen haben wir noch gesichert? Ach, die da, genau, Sinbad. Ich weiß gar nicht, der hat gesagt, wenn wir Probleme in diesem Land haben, sollen wir zu ihm kommen. Aber ehrlich gesagt, ich hatte nie Probleme in diesem Land. Und hier haben wir noch so ein Normadenvolk. Ja. Was ist das denn hier? Achso, ich werde ja immer noch konstant angegriffen. Inzwischen wissen wir ja sogar, woher die kommen. Die kommen von... Hier. Wir werden sie ausgebildet und dann zu uns in den Tod geschickt. Also das war dieser letzte wirkliche Siedellevel. Und wir haben das Spiel so gut wie abgeschlossen. Ähm. Also werde ich mit euch jetzt mal...